Ähm, schockiert hat es mich sehr, als ich im Kosmetik einmal dann eine leere Pillenpackung und Abschminktücher fahrt, die nicht vor mir war. What the fuck, ey. What the fuck, ey. Oh Gott, ey. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schermeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach, Hamburg Berlin und Nähe von München, ist mein Videoblog wieder. Aber, ähm, ja, genau, heute haben wir das schöne Thema, habe ich mich zu früh getrennt, ähm, Adventskurse gehen los am 1. Dezember, nicht vergessen, falls ihr noch teilnehmen wollt, und die Manifestationschallenge auf liebeschip.de. Genau, eine Nachricht, äh, von Anna Trevka und du kannst solche oder ähnliche Fragen auch über Liebeschip verschicken. So, hallo Christian, nun wende ich mich heute an dich, weil es mir ein gerade aktuell für mich sehr belastendes Thema gibt. Seit mittlerweile, ähm, neun Monaten date ich in den Zwanziger einen Mann in den Dreißigern, den ich schon von früher kannte. Online-Dating, ja, jetzt haben wir schon so mehrere kritische Punkte hier gleich. Online-Dating ist ja eh eine Brotstätte für Irrsinsbeziehungen und, ähm, ja, und dann, äh, es gibt so ein schönes englisches Sprichwort, aber ich fällt das gerade nicht ein, ähm, irgendwie, dass man alte Flammen nicht wiederbeleben sollte und ist ja auch meine Meinung. Ich weiß, dass es, ähm, verlockend, weil man kennt sich ja schon, aber, ähm, naja, die Gründe, warum es beim ersten Mal nicht geklappt ist, hat man dann in der Regel beim zweiten Mal auch, so, ne. Aber schauen wir mal, warum hat es denn beim ersten Mal nicht geklappt? Ähm, vor drei Jahren ist es aber nach wenigen Wochen zerbrochen, weil ich herausfand, dass er noch nicht ganz frei war. Auf Social Media hatte eine Dame, die ich nicht kannte, ihnen einen Beziehungsstatus als Freund. Er bestritt, dass sie zusammen waren. Ja, da muss ich dir natürlich, ich meine, ihr wisst ja, ich bin immer, äh, nicht zimperlich hier, muss ich natürlich echt sagen, wenn du schon weißt, dass er fucking loyal ist. Warum willst du denn unbedingt normal daten, so, ne? Gut, das kann man natürlich sagen, drei Jahre hat er bestimmt fünf Psychotherapien gemacht und, ähm, weiß ich nicht, war auf, äh, zehn Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen. Es bestimmt ein ganz anderer Mensch geworden, aber wie wahrscheinlich ist das? Ähm, also, das ist, was ich auch häufig, ja, so häufig habe ich es in letzter Zeit, da habe ich es nie mal so oft gesagt, ähm, warum willst du Menschen eine zweite Patrone geben, wenn er dich beim ersten Mal nicht erwischt hat, so, ne? Das ist mal ganz hart gesagt und, ja. Aber ich weiß, das ist, äh, man dreht sich halt immer wieder gern ein, jetzt klappt es und vielleicht ist eben dein Liebeschip auch so ein bisschen auf nicht emotional nicht verfügbare Männer und, naja. So, äh, nun hat er mich, äh, Ende letzten Jahres angeschrieben und wir dateten uns nach Weihnachten erneut. Wir starteten also wieder bei null. Ich dachte mir, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ja, das ist übrigens auch echt ein gutes Thema. Also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir im Leben wäre viel erspart gewesen, wenn ich, äh, keine zweite Chance gegeben hätte. Also, wenn ich gleich, also, das ist auch, dazu tendiere ich heute tatsächlich auch, dass ich Menschen auch keine zweite Chance gebe, weil, also, meine Lebenserfahrung ist eigentlich, dass das, ähm, ja, also, wüsste ich jetzt nicht, dass am zweiten Mal jemals irgendwas anderes rausgekommen wäre als beim ersten Mal. Also, wenn es jetzt über gröbere Sachen geht, natürlich nicht, wenn jemand in einer zehnjährigen Beziehung macht der Partner einmal engen Quatsch und natürlich kriegt er eine zweite Chance, aber, äh, aber würden sicherlich, die meisten, könnt ihr ja mal kommentieren, was ihr von zweiten Chancen haltet. Natürlich würden die meisten sagen, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Das Problem ist, bei Menschen, die so pluspullig sind, naja, erst mal, dass sie viel zu viele Chancen vergeben und die zweite ist halt häufig schon eine zu viel, ähm, muss man einfach, also, es tut mir wirklich leid, so, so, äh, gesellschaftskritisch daherzukommen, aber, ähm, ist tatsächlich meine Erfahrung, ist das so, ne? Äh, so, ich muss sagen, es fühlte sich diesmal grundsätzlich gut an. Wir hatten nie Streit und viele schöne, auch von ihm initiierte Dates in der Öffentlichkeit und zu Hause. Kino kochen, wandern, schwimmen, Briefmarken sammeln, ja, und so weiter. Äh, äh, übernachteten einmal die Woche beieinander, ja, mit Intimitäten, äh, mindestens einmal die Woche, er meldet sich täglich und fragt, wie es mir geht, hat neue Treffen vereinbart. Äh, wir waren auch zusammen im Urlaub. Ja, das muss ich natürlich zugeben, ne, bis hierhin hört sich das alles wunderbar an, ne, bis auf die Vorerfahrung, die du hast. Und das Universum ist leider unerbittlich, also, das Universum liefert uns oft schon die, äh, Erfahrungen, die wir einfach nicht waren wollen, so, ne? Ähm, es wird ja auch häufig am Anfang von so Beziehungen gesagt, was mit einem ist, und das nimmt man da nicht ernst oder lacht drüber. Ähm, aber, ich mein Gott, das ist jetzt keine Kritik, das ist alles menschlich, ne? Äh, ist halt so, ne? Aber du hast halt schon eine dicke, rote Flagge, hast du einfach ignoriert, muss ich einfach sagen, ne? Ähm, letzten Monat musste ich aus beruflichen Gründen die Stadt vorübergehend verlassen, aber selbst da haben wir versucht, uns alle zwei Wochen zu sehen. Er kam sogar einmal einige hundert Kilometer zu mir, joa, das kann man auch im Jahr auch erwarten, ne? Bei Problemen stand er mir immer zur Seite, das Thema Beziehungen hatten wir bis dato nicht angesprochen. So, das ist das nächste, meiner Ansicht nach, Riesenfehler, also man kann jetzt wirklich über diese Beziehung bis hierhin nichts sagen, ne? Also bin ich ganz bei dir, ja, vielleicht gab es irgendwas, was du jetzt nicht sagst, keine Ahnung. Aber warum zum Fick, äh, redet ihr nicht über eure Beziehung, das muss man heutzutage, wenn du jemanden auf Social Media, äh, auf Social Media, ja, Social Media auch, aber wenn du auch jemanden auf Online-Dating datest, der erzählt dir hinterher, wieso, wir haben noch nie drüber gesprochen und natürlich habe ich fünf andere neben dir, äh, durchgenommen irgendwie und was kann ich, was du hast, irgendwie, muss mich aber ganz verwundert, ne? So, und, äh, weil Sachen, die für den einen völlig klar sind, sind für den anderen überhaupt nicht klar und ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein absurdes Beispiel, aber halte ich für, also wenn man schon Online-Dating macht, dann halte ich das für absolut notwendig, dass man Exklusivität vereinbart, also egal, wie sinnlos du das findest und ich würde mal sagen, in deiner Altersklasse noch mehr, weil das nimmt ja eher zu, ne? Mit diesen, mit Unverbindlichkeiten und, ja, also das wäre sicher ein interessantes Gespräch geworden, glaube ich. Außerdem hat er mir nie gesagt, dass er mich liebt, so ist es jetzt die dritte, dicke rote Flagge, also wir reden ja jetzt hier über neun Monate, also wenn jemand, also nieke ich, ich würde wirklich sagen, allerlängstens, nicht nach einem halben Jahr gesagt hat, dass er dich liebt, äh, kannst du es, glaube ich, vergessen. Jetzt wird bestimmt mir wieder irgendjemand schreiben, dass die, äh, weiß ich nicht, die Tochter des Sohns vom algerischen Finanzminister und von dem der Hausmeister und von dem die Cousine, da hatten, war mal eine Beziehung und die haben das erst nach Norbert gesagt und waren ewig zusammen und glücklich, ähm, das ist natürlich immer das Problem, dass ich allgemeine Ratschläge geben muss, ja, auf YouTube wirst du immer irgendwas finden, wo es irgendwo funktioniert hat, aber auch das, ähm, wäre für mich heutzutage, inakzeptabel, ne, würde ich auch ansprechen, ne, muss man, jetzt nicht nach, nach zwei Wochen oder so, ne, aber vermute mal, du hast es ja gesagt haben, warum, und dann muss man auch irgendwann mal ansprechen, warum kommst du nicht zurück, so, ne. Ähm, allerdings dachte ich mir, dass er ein bisschen Zeit braucht, er hat mir direkt am Anfang gesagt, dass er sich alles mit mir vorstellen kann. Ja, Gott, wenn man die ersten Male Sex hat und so, da wird immer viel geredet, ne, ja, muss ja auch gar nicht böse gemeint gewesen sein, kann ja auch zu dem Zeitpunkt so gefühlt haben, ne. Äh, dennoch meldet er sich, meldet er sich bei mir ab und zu mein Bauchgefühl. Gut, das ist an sich schon eine rote Flagge, aber, naja. Ja, dass ich für mehrere Wochen nicht in der Stadt sein werde, hat ihn nicht wirklich gerührt. Ja, gut, äh, könnte auch jetzt so der unabhängige Typ sein, aber im Zusammenhang mit den ganzen anderen Sachen, äh, sprichst du das natürlich richtigerweise an. Das ist dann, jetzt setzt sich natürlich auch so ein Puzzle zusammen, ne. Ähm, zudem hat er in letzter Zeit sein Handy immer auf Nichtstören gemacht, als wir uns trafen. Ja, also ich würde sagen, gutes Bauchgefühl, also normalerweise, wenn man, glaub, wenn man, ähm, ein Bauchgefühl hätte, dass alles in Ordnung ist, würde man, würde man das unter Umständen gar nicht wahrnehmen, weil natürlich, ähm, ja, macht man mal ein Handy auf Nichtstören und so, aber ich, ich vermute mal, du spürst schon, dass da irgendwas im Busch ist. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wenn es dann plötzlich gemacht wird, naja. Davor gab es eine Situation, dass ihn abends jemand angerufen hatte, als ich bei ihm war, er wollte partout nicht rangehen. Auch das wird natürlich normalerweise, ja, aber ich fürchte, du bist jetzt schon so richtigerweise alarmiert und dann, ja, mehren sich auch so die Sachen, ne, ob die jetzt korrekt sind oder nicht, ne. Ja, ja, könnte natürlich auch das Finanzamt gewesen sein, er wollte einmal nicht rangehen, aber, ähm, ja. So. Er war auch ungewöhnlich öfter und länger im Bad, als ich bei ihm war. Schockiert hatte es mich sehr, oh Gott, jetzt kommt wieder so, oh, ja, 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 jetzt kommt echt wieder in den Hammer. Also, einmal durchatmen wir bitte. Oh, okay. Ähm, schockiert hat es mich sehr, als ich im Kosmetik einmal dann eine leere Pillenpackung und Abschminktücher fad, die nicht vor mir war. What the fuck, ey, what the fuck, ey, oh Gott, ey. Hatte ihn zur Rede gestellt, aber er meinte, dass er diesen ewig nicht leer gemacht hätte. Tatsächlich ist er gründlich aufräumlich seine, äh, Vorliebe. Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Trennung ist zwei Jahre her, ähm, wie wahrscheinlich ist das? Also, natürlich, man möchte, also, gerade die Pluspole möchten ja immer Menschen glauben, obwohl Menschen, wollte ich früher auch nicht wahrhaben, einfach zum größten Teil sind Menschen einfach nicht vertrauenswürdig. Also, es ist einfach so, ob man einem das jetzt gefällt oder nicht und, äh, und so als Pluspole möchte man immer glauben, glauben, glauben. Ähm, aber, ich meine, also, entweder er lügt dich an oder er macht zwei Jahre seinem Mülleimer nicht leer, was mir fast schon gar nicht verschlimmer ist. Und, ähm, ja, hätte ich auch mal auf Datum geguckt, vielleicht der Pillen, weiß nicht, ob man da eigentlich ein Datum gesehen hat. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm. Was ich hier an dem Punkt gemacht hätte, aber das ist nicht jedermanns Sache, ich hätte gesagt, du weißt du was, das ist so krass, ähm, lass uns doch mal in dein Handy gucken. Ne, ich, also irgendwie, also, dass du eben genau die Sachen sagst, die du jetzt mir gesagt hast, das ist komisch, das ist komisch, das ist komisch, ähm, können wir nicht mal in dein Handy gucken. Muss ja keine intensive Geschichte sein und wenn er gleich, äh, nee, spinnst du, äh, da dürfte nicht mal der tunesische Geheimnis reingucken und auf gar keinen Fall, äh, wenn du da reinguckst, bist du tot oder so, ähm, äh, weil ich muss ja immer die Welt retten. Wenn sowas dann kommt, dann, ja, weißt du Bescheid und, äh, natürlich ist ein Handy auch ein bisschen Privatzone und, äh, da jetzt jemanden stundenlang durchgucken lassen, finde ich auch unnötig, aber mal einmal kurz durch WhatsApp scrollen oder so. Just saying, die Welt ist schlecht, äh, ähm, die Welt ist nicht schlecht, aber Menschen sind, ich meine, es ist einfach so, Menschen sind einfach, ähm, also damals bei SLAA haben die immer gesprochen von sicheren und unsicheren Menschen, das hatte ich auch schon mal gesagt. Und die meisten Menschen sind unsicher, also es ist auch keine Bewertung, das ist einfach Fakt, ne, also die haben keine, keine richtigen Standards, sind tendenziell illoyal, äh, drehen sich die Welt zurecht, äh, aufgrund, ja, eigener Unbewusstheiten, das ist selten, glaube ich, so richtig bewusst so. Und, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, nein, ist nicht, ist nicht so, dann muss ich leider sagen, auf Online-Börsen ist es definitiv so, also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, glaube ich. So, dabei schwörte er auf seine Mama, ja, warte ich mal nicht, ach komm, ey, was ist das für ein, was ist das für ein lamer Move, ey, also, weiß ich nicht, ja, und, schwörte er auf seine Mama, ja, meinst du, meinst du Leute, die, ich kenne ihn jetzt nicht, aber meinst du Leute, die, kein Problem haben mit Lügen, die hätten kein Problem, sowas zu sagen, also, Aber, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch wirklich zwei Jahre da drin, dann ist es halt, ich will mir das jetzt nicht unterstellen, ne, ich weiß es nicht, aber, das muss natürlich sagen, dass in, äh, ich will es noch gar nicht mal sagen, toxisch, weil bisher ist ja gar nicht viel passiert, ne, aber, dass in Dating-Situationen, wo Menschen einfach nicht die Wahrheit sagen, so, dass, da häufen sich diese Sachen, und, man kann eine allein häufig nicht beweisen, Aber man kann einfach sagen, hey, das ist hier so eine Häufung von, äh, von Sachen, die einfach echt nicht in Ordnung sind, und, ähm, ja, das macht, äh, keinen Schlangenfuß so, ne, ist einfach nicht in Ordnung, ne, so, 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 es gab noch eine Sache, die ich merkwürdig fand, Und er hat mich trotz des intensiven Kontaktes nie seiner Familie oder Freunden vorgestellt, okay, ich meine, hier ist jetzt endgültig der Fall, finde ich völlig klar, so, äh, kann es einfach abhaken, ey, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er zumindest nicht noch andere, noch auf der Dating-Börse geblieben ist, mit anderen geschrieben hätte, es muss ja jetzt nichts Handfestes gelaufen sein, aber, warum macht man sowas? Weil man jemanden so toll findet? Ich glaube nicht. Seine Mutter wusste von mir, weil wir sind uns nie begegnet, sie wohnt in der Nähe, muss ich sagen, als sie mal zusammen ein Videogespräch hatten, wollte er mir nichts sagen. Also, sorry, das sind einfach so klare Zeichen, finde ich, also, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und, äh, ja, wird schon einen Grund haben, vielleicht geht die Mutter von einer anderen Freundin aus, oder ich weiß es nicht. Und mal ganz ehrlich, ich hätte ja auch gut, weiß nicht, wie oft ihr telefoniert habt, äh, genügend Gelegenheit gehabt, auch eine andere Frau zu daten, jetzt mal des Teufels Advokat zu sein, ne, also, so ist es ja noch nicht, ne, zumindest in der Zeit, wo du nicht mehr in der Stadt warst, dann, ne. Ähm, auf Social Media hat er mich auch nirgendwo hinzugefügt, offiziell wusste also wirklich niemand von uns. Ja, ist klar. Ich frage ihn, äh, diesbezüglich auch schon, ob er seine Freunde seien empfindlich wegen Corona und Social Media seien ihm nicht wichtig, obwohl er 24-7 online ist. Ja, mit wem schreibt er sich denn 24-7? Würde ich dann gerne, du kannst wirklich fragen, wem, sorry, wenn du bist so viel online, wem schreibst du? Zeig mal, zeig mal, wem du schreibst. Du bist ja nicht auf Social Media, wem schreibst du denn dann immer? Ja, und, äh, also, das ist, äh, fühlt sich für mich an wie eine glatte, verfickte Lüge, muss ich einfach sagen. Ähm, aber das ist nur eine Meinung, ich kann, ich hab keine Glaskugel. Und, ähm, ja, das ist halt so dieses ganze, ja, ich hätte hier gerne auch Social Media hinzugefügt, aber mein Instagram ist kaputt und, äh, die Taste zum Hinzufügen funktioniert nicht, ich kann nicht aufs Plus drücken, äh, keine Ahnung, äh, ich bin beim ungarischen Geheimdienst und ich darf keine, äh, darf niemanden hinzufügen zu meinem Instagram und sonst bist du leider in Lebensgefahr. Himmel, die Berge, ey. Oh Mann, ey. Okay. Ach, die Welt ist, ich, manchmal denke ich, ich darf diese E-Mails nicht mehr lesen, ich, ich weiß nicht, man denkt wirklich, die ganze Welt ist einfach verrückt geworden, ey, wirklich. Ähm, er wollte auch nicht, dass ich das Szenario von früher wiederhole. Wie ist das Szenario denn? Mir ist dann letztlich der Kragen gepflatzt, als er mich bei unserem letzten Treffen mit falschen Namen angesprochen hat. What the fuck, ey. Oh mein Gott. Ich würde dich ja gerne hinzufügen, Angela, äh, Karen, äh. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, es tut mir echt total leid, würde ich wirklich... Das ist ja furchtbar, ey. Boah. Oh, das ist eigentlich gar nichts zum Lachen, ey. Aber das ist einfach so absurd, ey. Okay. Scheiße, ey. Das war mir einfach zu viel in letzter Zeit. Er hat mir nie wirklich seine Gefühle gestanden, nie gesagt, dass er mich liebt. Und dann noch dieses Versteckspiel. Er meinte am Ende auch, wir haben ja nie über unsere Gefühle gesprochen. Ja, es ist wieder alles seine Schuld. Ja. Wenn du was mal gefragt hättest, hätte ich natürlich meine Gefühle ausgeschüttet, ne? Aber so? Er meinte am Ende auch, wir haben ja... Achso. Da habe ich mir angeboten, darüber zu sprechen. Daraufhin hat er sich zurückgezogen und meine Nachrichten stundenlang nicht beantwortet. Ja, ich denke, es ist ein völlig klarer Fall hier. Es hat mich zermürbt. Jetzt habe ich ihm den Kontakt wieder radikal abbrach, nochmal gelöscht. Blockiert. Jetzt zweifle ich ein wenig an meiner Entscheidung. Auf der einen Seite diese wunderschönen Treffen. Ja, ich sage dann immer, Idi Amin hatte auch nette Seiten. Also das sagt jeder. Jeder, der mir schreibt. Jeder. Jeder sagt, ja, es gab ja auch nette Seiten. Ja. Das mag sein. Also, wenn du in Nordkorea lebst, hast du bestimmt auch mal einen guten Tag. So, weißt du? Trotzdem ist das schon... Weißt du? Also... Äh... Es ist natürlich, wenn dir jemand jeden Tag nicht mit dir... Also von Anfang der Beziehung jeden Tag die Scheiße behandelt, nicht mit dir redet. Und ja, wo ist der fucking Sinn irgendwie, ne? Aber klar, äh... Es sind ja die schönen Tage, die man wieder haben will, warum man überhaupt da drum bleibt, so, ne? Und manchmal können ja diese Partner auch wirklich schöne Tage kreieren, ne? Was ja auch Teil des Problems ist, sag ich mal, ne? Ah, gut. Äh... Es hat sich alles so verbindlich und nach Beziehungsanmalung angefühlt. Wo ist denn das verbindlich, wenn er... Sorry. Was hast du denn für eine Vorstellung von Verbindlichkeit? Ist das bei euch in den Zwanzigern so, äh, dass, äh, nicht gesagt wird, ich liebe dich, wir sind Freunden nicht vorgestellt, wir sind Eltern nicht vorgestellt, äh, Familie nicht vorgestellt, Social Media ignoriert, äh, ist das deine Vorstellung von Verbindlichkeit? Ich glaube nicht. Wo sind deine Standards? Hm. Warum hat er sich so viel Mühe gegeben, wenn er doch nichts gefühlt, nichts wird in seinen Augen? Weil das vielleicht alles ein Missverständnis ist und ich hätte ihm noch mehr Zeit geben sollen. Ne, also das in Sicherheit nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch gemacht habe, warum alles so stagniert hat und ich am Ende selbst Gefühle entwickelt habe, obwohl mich sein Verhalten gekränkt hat. Ja, ähm, also ich hoffe, du machst mal Modul 1 auf jeden Fall, um Programme des Liebeschips, also vielleicht stehst du auf Männer, die so Mauern haben, ähm, und klar, das ist ja manchmal auch, nennt man ja auch so, äh, Sunken Cost Fallacy, gibt's bei Aktien auch, ne, wenn man eine Aktie schon im Verlust steht, dass man sie gerade dann nicht verkaufen will, weil sie im Verlust steht, ähm, also du hast schon so viel investiert und willst es nicht aufgeben. Ähm, ich hatte schon einmal in der Vergangenheit so eine Beziehungsanwarnung, letztlich war es verschwindete Zeit. Ja, also würde ich definitiv mal auf dein Beutemuster schauen, ne? Hast du Tipps, wie ich das zukünftig besser machen kann? Worin könnten meine Themen liegen? Ähm, ja, auf jeden Fall viel strengere Standards, das habe ich ja hoffentlich rausgearbeitet, viel strengere Standards, viel strenger sein, nicht so nett sein immer, viel mehr einfordern, ähm, und ich wollte ja mal so ein bisschen das Thema Schatten, rausholen, äh, wenn du jemanden datest, der so unverbindlich, unabhängig ist, ist das ein Thema, was deine Seele vielleicht mehr entwickeln würde im Leben? Unabhängigkeit, Coolness, ähm, bisschen lockerer, ich meine, ich will das jetzt nicht schönreden, ich hätte das jetzt einfach, gucke einfach nur mal, wo da dein Schatten liegen könnte. Ähm, worin könnten meine Themen liegen? Ja, weiß nicht, vielleicht war da ein Papi oder eine Mami nicht genug für dich da, abweisend, keine Ahnung. Ist das der falsche Typ Mann oder reagiere ich zu empfindlich? Ich habe das Gefühl, dass sich bei mir ein Muster immer wieder wiederholt. Ja gut, wenn sie ein Muster wiederholt, dann ist es natürlich der falsche Typ Mann, ne? Ähm, aber was heißt falsch? Ist natürlich richtig, um irgendwas zu lernen. Und ich denke, also es ist ja gar nicht so, ich meine, jede Mail ist anders. Man kann jetzt, also wenn dieser Vorlauf nicht gewesen wäre, würde ich sagen, konntest du eigentlich gar nichts dafür. Aber es ist eigentlich immer so, dass es irgendwas gibt, was man schon hätte sehen können bei dir. Es ist diese Sache vor drei Jahren gewesen. Und, äh, du bist einfach zu weich mit den Männern, ne? So, und, ich meine, trotzdem hast du vieles richtig gemacht. Also ich meine, ähm, da hat es ja auch lange Zeit keine Hinweise gegeben. Und als sie Hinweise gegeben hat, dann hast du ja auch deine Konsequenzen, äh, gezogen. Und auch früher als viele andere, die mir schreiben. Das muss ich auch ganz klar sagen, ne? Und, äh, da tritt jetzt nur folgender Effekt ein, ähm, der manchmal so ein bisschen paradox ist, ähm, wenn man relativ zeitig geht, wobei ich ja eigentlich sagen würde, jetzt für, jetzt einfach gar keine zweite Runde drehen sollen. Aber hinter, aber das sind auch so eine Lebenserfahrung, die hatte ich, äh, die hatte ich noch nicht mal in meinen 40ern. Also, ähm, insofern, äh, ja, alles gut, ne? Aber, äh, gut, trotzdem hast du halt noch mal probiert und dann lief es schön. Irgendwann bist du so gegangen, als es einfach zu viel wurde. Und es ist trotzdem immer die, das sage ich jetzt mal so allgemein, ich glaube, du hast ja alles richtig gemacht, aber ich sage jetzt mal so allgemein, manchmal ist es richtig, ein bisschen länger zu bleiben, bis man sich absolut sicher ist, dass es wirklich, ähm, ja, der Partner einfach ein Arschloch ist oder, äh, nicht nett oder bindungsängstlich, äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, warum er das, kann ich dir nicht sagen, ich kann nur sagen, dass auf Online-Dating einfach kompletter Irrsinn passiert, immer wieder. Und ich kann dir nicht sagen, ob er, äh, weiß ich nicht, einfach nicht mehr so verliebt war nach 10 Monaten, ob er, und dir das nicht gesagt hat, man, das kann ja passieren, warum sagt er es dann nicht? Oder ob er was parallel hat laufen lassen, oder ob er einfach bindungsängstlich ist, äh, kann ich dir nicht sagen, so, ne? Aber irgendwas passt auf jeden Fall nicht und er war definitiv nie ehrlich, ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, und hat, ähm, das eine gesagt und das andere getan, ne? Jetzt hat er natürlich nicht nur Scheiße gemacht, er war auch nett zu dir und alles war für dich da, insofern, ähm, ist es, ja, kann ich schon verstehen und gerade wenn du dann getrennt bist, dann denkt man natürlich mehr an die positiven Sachen, aber genau, was ich eben nochmal sagen wollte, manchmal ist es ganz gut, ein bisschen länger da zu bleiben und noch, also nicht viel länger, aber vielleicht ein bisschen länger, um vielleicht noch ein paar Beweise zu sichern für die Shitlist, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, mit ihm zusammen ins Handy reinzugucken und zu sehen, oh my fucking God, weil dann ersparen sich, ersparen sich einem diese Fragen und man kommt nicht in Gefahr, äh, eine weitere Runde zu drehen oder in eine On-Off-Beziehung zu kommen, so, ne? Ähm, ja, also warum du auf solche Menschen stehst, was da der Benefit für dich ist, ob du vielleicht sogar passiv bindungsängstlich bist, ja, das müsstest du gegebenenfalls mit Hilfe meiner Kurse rausfinden oder einer Beratung oder so, ähm, aber, ja, meistens ist es halt einfach so dieser Liebeschip, ne? Dass man immer auf dem gleichen Typ man steht und, äh, zu nett ist, zu sehr in so einer Fantasiewelt ist, ähm, ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? Äh, apropos, wir haben auch noch unseren Merch, ne? Für Weihnachten, wir haben auch noch ein paar Beutel, wenn ihr noch ein paar schöne Beutel verschenken wollt von unseren Sprüchen, ähm, pack den Link hier nochmal drunter, äh, was wollte ich sagen? Ja, und dann die Zeichen einfach nicht sieht, wobei, das kann ich dir jetzt nur, also mit dir kann man natürlich jetzt nicht zu streng sein, weil du hast natürlich auch viele Sachen gesehen und, wie gesagt, nur die, die gröbste Sache hast du, glaube ich, übersehen, dass er schon im ersten Durchgang nicht loyal war, ne? Aber, mein Gott, ich hab so einen Scheiß auch gemacht in meinem Leben, ähm, ähm, aber das bringt ja jetzt nichts, wenn wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, ist menschlich, so kommen wir ja nicht weiter, ne? Also, mach das nicht, also bei solchen Sachen lohnt es, es ist wirklich keine gute Idee, eine zweite Chance zu geben, also da ist eine erste schon zu viel irgendwie und, ja. Aber er spart dir das jetzt, ihm noch eine dritte zu geben, das wäre wirklich mein Rat, so, ne? Äh, liest du die Kommentare durch? Ich denke, da werden, äh, wird es noch viel geben. Wo die Leute sicherlich Mut machen werden, dass es wohl keine gute Idee war, aber eine richtige Idee war, sich zu trennen. Und, ähm, ja, sei strenger, ne? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Und, ähm, ja, wir werden uns bald wiedersehen.